Also ich bin Julia, ich bin glaube jetzt zum fünften Mal im Bad Reichen Hall und immer wieder begeistert von der Energie, die hier entsteht in der Kombination Cosmic Power und Familienstellen, da es spürbar ist, wie durch Cosmic Power die Energie einfließt von dem Ursprung, um uns dann bei der Aufstellungsarbeit alle Türen zu öffnen, damit die Systeme, die Menschen in ihre eigene Kraft kommen, in ihre eigene Bewegung und es ist spürbar, erlebbar und lebenswert. Das ist eine Hinbewegung ins Leben, einfach traumhaft. Danke Sophie, danke Bert.